Willst du auch reden? Nein, nein, lieber nicht. Seh schon, die Hose kneifen. Was sag dir du? Bist du noch damals, als wir bei den Breuers zu Besuch waren? Mit den nachzum' Doktor rausgehen? Bist du? Wie kommt die Tränen von Lachen? Ich müsste echt kotzen. Und dann bin ich schuldig, 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 schuldig.